Herr Winkelmann hat da nämlich noch besonders schöne Töne in Gelb und Mattgrün, die sich sehr positiv auf die ganze Atmosphäre in diesem Raum und dadurch eben auch, äh, auf ihr Wohlbefinden auswirken würde. Wir hätten gern das Aschgrau. Soll ich da mal so ein ganz frisches Steingrau empfehlen? Nein, das sollen Sie nicht. Wir hatten doch wohl über die Wirkung von Farben gesprochen. Ich weiß. Sie sagten, dass Herr Nelser in einer violetten Sitzgruppe möglicherweise seine Gattin umbringt. Was? Nur nicht, wenn sie geblümt ist. Bis zum nächsten Mal.